Beißfisch der Meere Jetzt zieht die wieder ab, ne? Man sieht die ja so, also... Ja, ich weiß nicht, was nicht so. Wie von der Seite. Hier von einem Stein. So. Das ist sie, frisst sie. Jetzt kommt sie voll hier rein. Yes. Da! Das hab ich drauf. Ja? Ja. Dann zieht sie wieder ab, ne? Also erste Märchen 2010. Das sind aber auch Viecher, ne? Ein Strand von... Ich hab aber schon einmal drauf, wie sie ihre Flanke zeigt. Ja? Ja. Das machen die ja gerne, wenn sie da sind. Siehst du? Das leuchtet bestimmt und dann sieht man auch, dass sowas drauf ist. Ja, halt drauf. Die sind aber eher rötlich-braun von oben, ne? Boah, jetzt bin ich dicht dran, ne? Siehst du das? Ja. 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 Oh, da, ja. Oh, jetzt hab ich sie richtig gut drauf. Seitdem ich gesucht hab eben. Schau mal ein Video ins Bord rein. Ins Angler-Board? Ja. Da! Schön, jetzt zieht man die Flanke richtig oft. Jetzt geht sie hinter den Stein gleich. Die, ne, die fünfte sogar heute, ne? Schön natürlich, ne? Ja. Siehst du, wie er auch im Kopf rum ein bisschen verkrüppelt aus? Ja, weil er so breitmäulig ist. Ja. Da muss das Futter ja auch aufnehmen können irgendwie. Jetzt zeig ich die Flanke. Ja, schade. Ja, das glaub ich. Da ist der Hecht, den du dran, hat das nen Witz gegeben. Und der war schon groß. Fand ich. Da den Stein bearbeitet er jetzt gleich, oder? Ja. Scheiße, zieht er ab, oder? Na, die kommt gleich wieder. Ne. Wenn zieht sie wieder in die Richtung, Papa. Ja, mal nach vorne. Ja, ich sehe ihn noch. Aber nur noch ganz. Zieht ab, ne? Lass trotzdem mal nochmal hier einmal Zeit geben.